Hallo Leute, was geht? Willkommen zu ein bisschen Terraria. Ich hab mit André und Flo, ich glaub vier Stunden oder so, oder fünf Stunden am Stück, Terraria gesuchtet und, ähm, ja, ich hab einfach mal aufgenommen, weil ich dachte, das wird bestimmt ein kleines, niedliches Projekt so, wir werden auch noch weiter zocken, das heißt, es wird auch noch noch mehr geben, ähm, je nachdem, wie weit wir alle Bock haben zu zocken und, ja, wundert euch nicht, zwischendurch ist Andrés Salzfaktor ein wenig hoch und, äh, deswegen rastet immer zwischendurch ein bisschen aus, aber, es ist noch alles supi und, ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß und, ja, viel Spaß. Oh, Spiel betreten. Doki beitreten. Ich kann nicht übers Team beitreten. Zweimal gefunden. Ich bin drin. Ich auch. Musst mir nachjoinen, ne, André? Server erfordert Passwort. Da? Oink. Oink. O-I-N-K. O-I-N-K. Das ist wie ein scheiß Passwort. Deine Mutter ist ein scheiß Passwort. So, ich bin jetzt hier. Jetzt hast du oben eine Spitzhacke, ein Schwert und eine Axt. Alter, siehst du, du siehst nicht gesund aus, Alter. Welche Party sollen wir? Äh, grün. Öffne mal dein Inventar, André. Das machst du mit Escape. Und dann rechts an der Seite. Hiep, hau! Escape. Und denn? Rechts an der Seite sind ja deine ganzen Ausrüstungen und so, ne? Was ist ich denn? Und da sind Farben. Da klickst du auf das Grüne drauf. Genau. Nimm doch nicht meine Bäume mal weg. Ey, das sind nur Bäume, Alter. Magi, wie viele Leute fasst du schon? 183. 219. Okay. André, du musst am besten unten einen Baum abholzen, ne? Na, guck mal. Du musst ganz unten abholzen, weil dann fällt der ganze Baum auseinander. Ach, lol. Ja. Das ist nicht so wie in Minecraft. Aber lass mich mal bitte Fan-Kämpfer sein als erstes. Dann bin ich halt mit der Nahkämpfer. Also ich kriege alle Nahkampfwaffen zuerst. Du kriegst auf die Muramana, Flo. Nein, die Muramana ist Nahkampfschwert. Ja, aber die habe ich immer als erstes. Ja, und? Ich habe nur, weil sie leuchtet und ich gedrückt halten kann. Ich brauche nie wieder Fackeln. Nie wieder! Hey, kann ich mich auch eigentlich runterbauen? Ja, aber der Spitzsack. André, das ist ein Fernkämpfer, Magier und so. Das ist einfach nur, wer als erstes die Sachen bekommt. Wer als erstes zum Beispiel die Moskete oder so bekommt. Wenn wir jetzt zwei Mosketen gefunden haben, kannst du mal ein wenig die zweite haben. Aber Flo würde sie zuerst kriegen oder so. Aber jetzt kriegst du sie ja zuerst. Achso. Ja. Dafür ist das da. Also jeder kriegt alle Waffen, aber halt wer als erstes die Waffe kriegt, weißt du? Dafür haben wir das ausgewählt. Vor Jahren mal. Lott, hier ist Wasser. Ja. Ich gucke mal runter, ne? Such mal eine Höhle oder so, ne? Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Nein, ich komme nicht mehr runter. So dumm! Oh nein. Hä? Ja. Weeeeee! Lappen. Ah, hier komme ich hoch! Gar nicht. Aber ich habe hier irgendeinen Erz gefunden. Ich habe hier irgendeinen Erz gefunden. Rechts raus, genau. Und jetzt hoch springen. Wir reden. Oh Flo, es gibt doch wieder Kuppa. Ah, okay. Hey, komm nicht rüber. Ja, nein. Nicht von ganz hinten. Du musst mal ein bisschen weiter vorne springen. Lange noch mal da circa oder so. Stein? Was ist das für ein Scheißspiel? Hier, es gibt Blei. Hä? Komm ich hoch? Ich lade dir jetzt auch mal und stirb hier einfach. Drecksspiel, Alter. Ja, mag ich aber auch Kupfer gefunden. Wuuu, André! Was ist das denn? Komm her! Das ist ein Bloch. Ich schlitz dich! Bin gleich tot, oder? Schlitz! André rast du in der Hose, ey. Was ist denn jetzt? Ist hier noch ein Glibber! Komm her! Schlitz! Schlitz! Genau, mal Pizzi in den Bunker, du Bastard, Alter. Hey, wer wird's wie Schlitz, Digga? Hä, wo bist du denn jetzt eigentlich, Maxi? Oder da hinten? Schlup! Äh! Schlitz! Schlitz! Ich bin in nem Schneegebiet, so. Ah, ich bin der tot! Ah! Ah! Ich komm mit dir, Maxi! Alter, es gibt hier Pinguine! Ich hab' ihr getötet. Blup, blup! Hä? Und wie kann die Sachen craften? In Vital, auf der links an der Seite. Da kannst du denn Sachen craften. Dann brauchst du Werkbänke oder Riefen. Nö, 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 nö! Ich hab' ihr getötet! Hä, wie? Und, hä? Escape und denn? Hast du links unten so ne Leiste? Da kannst du zum Beispiel Fackeln oder so craften. Hä? Du brauchst halt ne Bergbank, um bessere Sachen zu craften, weißt du? Du musst Escape drücken dafür. Dein Inventar öffnet. Ich drücke Escape, du k- Ja, und denn? Ja, hast du da- Klausung? Kampfmodus? Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Nein, da hast du links! Links! Da hast du dein Inventar nicht auf Escape. Doch, Inventar ist oben bei mir, links! Ja, und dann links an der Seite, unten links, hast du ne Leiste, wo du Sachen auch craften kannst. Herstellungsfenster! Da ist ja... ...Bergbahn, kann platzierführen... Ja, genau. Keine Ahnung. Mit der Bergbahn kannst du halt noch mehr... Wusst du denn das, Maxi? Was? Wiii! Wiii! Ich hab ne Truhe bei mir! Oh, Leute! Schlitz! Bick, 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 bick. Oh, lol. Hä? Was hat der denn jetzt gekillt? Loh, es gibt wirklich Blei. Ja, ich hab auch Blei schon gefunden. Ich nehm aber gerade alles an Erdzen, was ich finde. Ich find nichts. Weck ich hier runter. Ah! Oh Gott, riesen Schild. Schläecks!!! Schläecks!!! Immer treffen die mich, ey, die Säcke. Pinion! Ich glaube, ich werde gleich stemmen. Einmal eine Treppe bauen, André. Nein, Blub! Schmerz! Weg, Weg! Zwei Behinderte bauen den Weg, Alter. Ja, warum nicht? Was kommt dabei raus? Ein mindeter Weg. Und hier ist eine Wüste, Flo. Hä? Ich habe das Gefühl, bald bin ich am Rand der Welt. Ein Sandplopp! Oh Gott, der hält viel aus, Alter. Lass dich mal in Ruhe. Ich habe ein Lebenskristall gefunden. Oh, Loll! Was ist da? Was ist da? Hör du! Hör du! Was ist da? Hör du! Es ist auch ein Fisch. Es ist auch ein Fisch. Äh. Oh! 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 Ja, André. So als ich… Schlitz! 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 Das ist der Guide! Von dem kannst du dir Craftering-Rezepte klagen lassen. Falls du Hilfe brauchst. Falls du nicht weißt, wie was gecraftet wird oder so. Und ne Tür öffnest du mit Rechtsblick. Ne Tür öffnest du mit Rechtsblick, damit du es schonmal bei ist. Ich brauche immer ne Werkbank, um was herzustellen, oder? Ja, hier ist doch eine. Hä? Auf da. So, und jetzt? Ähm... Und wo kann ich Waffenkorfen? Dafür brauchst du bestimmte Sachen. Bestimmtes Material, oder? Da, Bogen! Und Bleistift! Ich hab nen Holzbogen! Kann ich jetzt Pfeile schon schießen? Wenn du Pfeile hast. Schließ! Oh Gott! Schlitz! Schlitz! Komm her, ihr Visit!!! Hä? Spiels jetzt zu fursch! Wie koste ich jetzt Dings hin? Gar nicht Pfeile? Holz und Stein Wenn du keinen Stein hast, dann werden würde Hä, und wieso baust du die gerade runter? Kommt doch gar nicht mehr hoch Hase, Schlitz Frosch, Schlitz Ich bin Arak Pfeil Kann ich mir auch ne bessere Spitz Arak in mir bauen? Na, dafür brauchst du sowas wie Kupfer oder so, da brauchst du halt Materialien für Na ja, das nächst bessere ist, was ich noch weiß im früheren Eisen Ja Ich mein ja nur, dass du Materialienhalter verbrauch Und soll ich rechts weiter bauen? So? Kannst du meinen Weg machen Ich muss an einem Buddy helfen Allein weil die Tür auf ist Schlitz! 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 Er ist tot, Leute, alles gut Ich bin geil berippt Pro Alles ist gut Ich hab nun schon ne richtige Höhle gefunden Ich baue mir ne Höhle Ich hab hier was gefunden Kupfer Und trepp noch Kupfer hab ich gefunden Das hab ich doch gesagt So Ich komme! Nein! Nein! Kann ich auch vorschießen? Wenn der Guide stirbt, ist okay Ich hab Silberbaren gefunden Und Ein vertauberter Boomerang Was ist denn? Das Ding ist doch Fernkämpfer ist ja richtig OP, Alter Ey, da da ist ein Stern! Ja, sagen wir ihn mal ein Wenn man drei davon hat, kann man nicht zu einem Mana-Kristall basteln Und der Mana-Kristall gibt einem halt Mana Das ist gut für einen Magier Also für mich Schlitz! 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 Da ist auch ein Stern Ich hol den gleich Schlitz! ول Claar Schlitz! Schlitz! Das Sound nochmal leiser machen simply Schlitz! 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 Unsere Tür ist weg! Nein ist sie nicht Probern Musst die denn wieder zumachen Nein! Guck mal oben rechts, die ist weg! Hä? Die hier! Weiß ja nicht, was du für Warnsparstellungen hast, aber... Hä? Okay, Fick! Kann ich mir auch einen besseren Bogen craften? Ja! Nein, das Auge! Was? Wenn du besser Materialien gefasst? Ja, wo kann ich denn sehen, wie ich den Bogen besser crafte? Du, wir brauchen dafür erstmal einen Ofen. Dafür braucht ihr Stein und Fackel. Richtig, aber... Ich buddel einfach, okay? Ja, buddel mal runter, irgendwie. Okay, ich buddel runter. Ich erkunde weiter die Höhle, die ich gefunden habe. Ey, die Augen! Die haben den Durchblick. Ich habe einen Amboss hier gefunden. Nice. Also brauchen wir keinen... Sachen für den Amboss auszugeben. Ey, ich brauche hier mal eine Fackel oder so. Voll dunkel hier. War für die eine. Du hast Glibber aus... von dem... äh, Blobs in deinem Inventar. Mit Glibber und Holz brauchst du Fackeln. Ich habe keinen Glibber. So? Dann hast du keine Blobs gekillt. Ich habe Kupfer... Doch, ich habe Glibber und wir... Ja, einfach... Du kannst Fackeln herstellen. Einfach Inventar öffnen. Hochscrollen oder so. Dann hast du da Fackeln, die du machen kannst. Möglicherweise. Wenn du Holz hast. Ich brauche mal eine Kiste, ne? Ich brauche mal eine Kiste, ne? Hä? Kann ich dir auch irgendwo gegen schießen? Maxi? Hä? Was? Die Fackeln? Ja. Kann hängen irgendwo. Ach so. Jetzt muss man alles Unwichtige wegschmeißen. Scheiße. Oh, Flo. Da war ein... scheiß... versteckter Stein. Das ist ein Speer. Lustig, ist das Spiel echt, Alter. Ja, das kommt noch besser, André. Also das Spiel... Ja? Es wird noch besser. Jetzt ist noch erstmal halt nur... ...n bisschen... ...farm und so. Später wird es halt richtig geil, wenn du die ganze Bosse legen kannst und so. Und erkunden kannst alles, ja. Wir brauchen jetzt halt erstmal nur ein bisschen Ausrüstung. Und aus was baue ich nochmal, ähm... ...Pfeile aus Stein und Holz, ne? Mhm. Ich habe 120 Pfeile in meinem Inventar. Äh... Bei mir werden gar nicht Dings hier angezeigt. Was? Pfeile. Was musst du glauben? Die sind eben bei Munition drin. Wie im Craftingmenü, meinst du? Ja. Das musst du... Ich glaube das musst du... Ich glaube das musst du an der Werkbank machen, Obo. Ja, an der Werkbank. Ich leere kurz mal mein Aventar hier... ...aus... ...um... Halt rein. Digga! Was wird denn hier los? Halt! Uh! Was öffnest du dann die ver Locked-Tür? Du Tün loser! So Tün-Loser! Ja... Scheiße, Auge, komm her! Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, komm! Fick dich, komm her! Nein, nein! Sitzt! André! Was? Ja! Oh, danke! Wir brauchen mehr so'n Bogen, Alter. Da war ja gar kein Damage. Kann ich mich auch irgendwie healen oder so? Ich glaub, wenn ich was essen, ne? Ja, aber wir können später Heiltränke brauchen. Momentan könnte ich halt Pilze heilen. Aber später können wir Heiltränke brauchen, genau. Ja, und wie ess ich die? Wenn du nimmst den und drückst linksklick? Oder drückst H? H wie heilen. Ich glaub, wir haben einen schlechten Spotflow. Warum? Komm her, aber keine Höhle. Dauert etwas. Oh, ich würde mit dem Silberhelm herstellen. Oder ein Silberbogen. Silberbreitschwert. Und wie kann ich machen, dass es gleich in mein Inventar geht? Hä? Ach so, dass du das craftest und es gleich ins Inventar geht? Ja. Das gibt glaub ich gar nicht. Ich versuch mal Shift gedrückt zu halten sonst. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Naja, ich hab jetzt einfach so gleich 35 Dings mir gebaut. Ähm, Fackeln. So. 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 Vielen Dank.